Musik Unseres Wissens nach ist die Erde der einzige bekannte Planet mit Leben. Das ist ziemlich überraschend, wenn man bedenkt, dass wir seit der Entdeckung des ersten Exoplaneten Mitte der 1990er Jahre tausende von Planeten entdeckt haben. Seitdem haben wir eine Reihe von Techniken entdeckt, mit denen wir Planeten finden können, die andere Sterne als unsere Sonne umkreisen. Die bemerkenswertesten davon sind Planetentransits und Dopplerverschiebungen, die allgemein als Radialgeschwindigkeitsmessungen bekannt sind. In jüngster Zeit wurde die Technik entwickelt, Planeten direkt zu fotografieren, allerdings sind diese Fotos immer noch von sehr schlechter Qualität und geben nicht viel Aufschluss über die Planeten. Ein Planet muss sich innerhalb der habitablen Zone eines Sterns befinden, damit er möglicherweise Leben beherbergt. Eine habitable Zone ist ein Bereich auf der Umlaufbahn eines Sterns, in dem flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche existieren könnte. Die Kepler-Mission der NASA hat mehrere möglicherweise bewohnbare Planeten entdeckt, darunter Kepler-22b. Im Gegensatz dazu hat sie eine große Anzahl von Planeten mit extrem rauen Bedingungen entdeckt. Im heutigen Video sehen wir uns einige der bizarrsten Exoplaneten an, die jemals von Wissenschaftlern entdeckt wurden. Eine aktuelle Studie behauptet, dass Wissenschaftler zum ersten Mal eindeutig einen unsichtbaren außerirdischen Planeten entdeckt haben, in dem sie beobachteten, wie seine Schwerkraft die Umlaufbahn einer benachbarten Welt beeinflusst. Die beiden außerirdischen Planeten, die als Kepler-19b und Kepler-19c bekannt sind, wurden vom Kepler-Weltraumteleskop der NASA entdeckt. Kepler entdeckte 19b, als er vor seinem Wirtsstern vorbeizog oder ihn transitierte. Nachdem die Forscher festgestellt hatten, dass die Transite von 19b etwas später oder früher als erwartet eintrafen, schlossen sie auf die Existenz von 19c. Die Schwerkraft von 19c zieht an 19b, wodurch sich seine Umlaufbahn verändert. Den Forschern zufolge ist die Entdeckung von Kepler-19c das erste Mal, dass diese Methode, bekannt als Transit Timing Variation, TTV, an den Exoplaneten zuverlässig nachgewiesen hat. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es der letzte sein wird. Ich gehe davon aus, dass diese Methode noch dutzende Male, wenn nicht sogar öfter, bei anderen Kandidaten der Kepler-Mission angewendet werden wird, so die Hauptautorin der Studie, Sarah Ballard vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts. Im März 2009 wurde die Kepler-Raumsonde gestartet. Sie sucht normalerweise nach außerirdischen Welten, indem sie verräterische Einbrüche in der Helligkeit eines Sterns aufspürt, die dadurch verursacht werden, dass ein Planet aus der Perspektive des Teleskops das Gesicht des Sterns kreuzt und einen Teil seines Lichts verdunkelt. Kepler hatte mit dieser sogenannten Transitmethode enormen Erfolg und entdeckte in den ersten vier Monaten seines Betriebs 1235 potenzielle fremde Planeten. Auf diese Weise entdeckte es Kepler-19b, einen 650 Lichtjahre entfernten Planeten im Sternbild Lyra. Nach Angaben der Forscher hat Kepler-19b einen Durchmesser, der etwa 2,2 Mal so groß ist wie die der Erde und umkreist seinen Mutterstern in einer Entfernung von 13,5 Millionen Kilometern. Die Oberflächentemperatur des Planeten beträgt wahrscheinlich etwa 900 Grad Fahrenheit, also 482 Grad Celsius. Kepler-19b durchquert seinen Heimatstern alle neun Tage und sieben Stunden. Doch wie Ballard und ihre Kollegen herausfanden, ist diese Zahl nicht konstant. Die Transits können bis zu fünf Minuten früher oder später stattfinden. Diese Abweichung deutet darauf hin, dass ein anderer Planet an 19b zerrt, ihn beschleunigt oder verlangsamt. In unserem eigenen Sonnensystem verwendeten Wissenschaftler ähnliche Ansätze, um die Existenz des Planeten Neptun vorherzusagen. Die Astronomen stellten fest, dass der Uranus die Sonne nicht genau wie er erwartet umkreist und stellten die Hypothese auf, dass er von einem unbekannten Planeten gezogen wird. Diese Vorhersage wurde 1846 bestätigt, als die Teleskope Neptun entdeckten. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Forscher nur sehr wenig über Kepler-19c. Der fremde Planet braucht 160 Tage oder weniger, um seinen Gaststern zu umkreisen und die Masse von 19c könnte laut den Forschern zwischen dem Mehrfachen der Erde und dem Sechsfachen des Jupiters liegen. Allerdings sollte 19c in naher Zukunft besser sichtbar werden. Es ist eine geheimnisvolle Welt, aber wir erwarten natürlich nicht, dass sie ein Geheimnis bleibt, sagte David Charbonneau, Mitautor der Studie, ebenfalls vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Kepler und große bodengestützte Teleskope sollten uns helfen, seine wahre Identität bald herauszufinden. In den heutigen Filmen werden wir immer wieder Zeuge fortgeschrittener außerirdischer Zivilisationen. Die Existenz anderer empfindungsfähiger Spezies auf einem fernen Planeten in einer fernen Galaxie ist nicht so weit hergeholt, wie es einst schien. Zugegeben, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bevor wir einen unserer galaktischen Nachbarn besuchen können. Aber die bloße Möglichkeit, dass auf einem anderen Planeten als in unserem Leben existiert, liegt durchaus im Rahmen der wissenschaftlichen Möglichkeiten unserer Zeit. Deshalb sind wir auf der Suche, wir durchsuchen den Himmel mit mehreren Detektionssystemen. Und was wir suchen, sind vor allem Exoplaneten. Exoplaneten, insbesondere erdähnliche Planeten, die sonnenähnliche Sterne umkreisen, stellen nach unserem derzeitigen Verständnis des Lebens im Kosmos die wahrscheinlichste Umgebung dar, in der sich Leben unabhängig von unserem Planeten entwickeln kann. Bislang wurden einige tausend Exoplaneten entdeckt, obwohl viele noch nicht bestätigt sind. Wobei eine Vielzahl von Nachweismethoden zum Einsatz kommt, von denen einige verbreiteter sind als andere. Die meisten Exoplaneten werden derzeit mit Hilfe der Radialgeschwindigkeit und von Planetentransits entdeckt. Aber es gibt auch andere Methoden, wie das Gravitations-Micro-Linsening, bei dem die Vergrößerung des Lichts aufgrund der Schwerkraft als planetarischer Lackmustest verwendet wird, und das Pulsar-Timing, bei dem Veränderungen in den Bahnen von Neutronensternpulsaren festgestellt werden, die von umkreisenden Planeten verursacht werden. Alle Nachweismethoden sind nützlich, aber einige, wie zum Beispiel Transits, sind zuverlässiger, einfacher und liefern mehr Informationen. Weit entfernt im Sternbild Cygnus, genauer gesagt 3849 Lichtjahre, liegt ein Unterzwerg B-Stern, der als Kepler-70 bekannt ist. Mit einem Radius von 0,203 Sonnenradien, also etwa einem Fünftel der Größe der Sonne, ist er deutlich kleiner als diese. Er ist auch weitaus weniger massereich und wiegt nur 0,496 Sonnenmassen. Die Leuchtkraft hingegen ist 18,9 Mal größer als die der Sonne. Kepler-70 ist ein sehr alter Stern, der die gesamte Hauptreihen- und rote Riesenphase seines Lebens durchlaufen hat. Schätzungen zur Folge verließ Kepler-70 das rote Riesenstadium vor 18,4 Millionen Jahren. Seitdem wird im Zentrum des Sterns Helium fusioniert. Wenn der Vorrat erschöpft ist, wird der Stern durch Kondensation zu einem weißen Zwerg sterben. Wenn die Bahn eines Planeten mit der gleichen Bahnebene zusammenfällt, die von der Erde aus sichtbar ist, kreuzt der Planet einmal pro Umlaufperiode den Stern, was als Transit bezeichnet wird. Infolgedessen nimmt die sichtbare Helligkeit des Sterns im Verhältnis zur Größe des Sterns und des Planeten ab. Im Gegensatz zu früheren Methoden zum Nachweis von Planeten kann mit der Transitmethode der Radius eines durchziehenden Planeten bestimmt werden. Ein extrasolarer Planet benötigt drei oder vier Transite, um sich zu bilden. Die Transitmethode wird von der NASA-Raumsonde Kepler verwendet, um neue Planeten in der Umgebung von Sternen aufzuspüren, darunter zwei, die von Stéphane Charpiné um Kepler-70 entdeckt wurden. Kepler-70b, der innerste Planet, weist eine der schwierigsten Bedingungen auf, die je auf einem Planeten entdeckt wurden, obwohl einige seiner Eigenschaften bemerkenswert mit denen der Erde vergleichbar sind. Er hat eine Dichte von 5500 kg pro Kubikmeter, was der Dichte der Erde von 5515 kg pro Kubikmeter recht nahe kommt. Allerdings macht sie nur 44% der Masse der Erde aus. Trotz einiger Parallelen ist die Atmosphäre auf Kepler-70b einfach zu rau, als das Leben, wie wir es kennen, überleben könnte. Die wichtigsten und größten Herausforderungen für das Leben auf Kepler-70b sind das Fehlen einer Atmosphäre, die Nähe zu seinem Wirtsstern, die hohen Temperaturen und die Tatsache, dass es sich erst kürzlich in seinem Wirtsstern befand. Kepler-70b ist kein Planet im herkömmlichen Sinne mehr. Vielmehr ist er alles, was von einem Gasriesen übrig geblieben ist, der aus dem ursprünglichen Sternensystem stammt. Kepler-70b war höchstwahrscheinlich vor Millionen von Jahren ein heißer Jupiter, ein Riesenplanet, der extrem nahe um seinen Wirtsstern kreist. Im Fall von Kepler-70b umkreist der Planet den Stern in einem Abstand von nur 0,006 AE. Merkur umkreist die Sonne 65 Mal weiter entfernt als die Erde. Dies liegt weit innerhalb der inneren Grenze der habitablen Zone von Kepler-70, sowohl bei konservativen als auch bei optimistischen Messungen, die von 4,13 bis 6,08 AE bzw. 1,95 bis 7,39 AE reichen. Vor etwa 18,4 Millionen Jahren wuchs Kepler-70 zu einem roten Riesen heran, als er älter wurde. Aufgrund seiner großen Nähe zum Wirtsstern wurde 70b von der Atmosphäre des expandierenden Sterns regelrecht verschluckt, wodurch seine Atmosphäre zerstört wurde. Planeten in einer solchen Umgebung werden normalerweise durch die enormen Temperaturen und den Druck aufgelöst. Einige Planeten von Jovian-Größe sind jedoch groß genug, um Leben zu ermöglichen. Der Eisenkern des Planeten ist alles, was übrig bleibt, wenn der Stern das Stadium des roten Riesen verlässt und zu schrumpfen beginnt. Die Temperaturen eines solchen Objekts sind natürlich unvorstellbar hoch. Mit einer Gleichgewichtstemperatur von 7.288 Kelvin auf der Oberfläche ist Kepler-70b nun der heißeste Planet, der je entdeckt wurde. Ist Leben auf diesem Planeten möglich? In seinem derzeitigen Zustand kann Leben, wie wir es kennen, auf Kepler-70b nicht überleben. Er umkreist Kepler-70, der sich weit innerhalb der behutsamen und optimistischen Habitat in Zone befindet und ist seiner Sonne etwa 65 Mal näher als Merkur der unseren. Dies führt nicht nur zu Oberflächentemperaturen, die höher sind als jede Temperatur auf der Erde, auf der Leben existiert, sondern auch zu einem völligen Fehlen von Wasser in irgendeiner Form auf diesem Planeten. Planeten ohne Oberflächenwasser können in ihren Atmosphären erhebliche Mengen an Wasserdampf enthalten, wenn die Bedingungen dies zulassen, aber Kepler-70b hat keine Atmosphäre, die Wasserdampf aufnehmen könnte. Ohne eine Atmosphäre gibt es keine potenzielle Energiequelle, aus denen organische Verbindungen Energie gewinnen könnten. Die feste Eisenzusammensetzung des Planeten ist ein weiterer Beweis gegen Leben auf Kepler-70b. Tatsächlich ist die Oberfläche wahrscheinlich vollständig geschmolzen, was Leben unmöglich macht. Es ist möglich, dass in der Vergangenheit Leben auf ihm existierte. Wissenschaftler glauben, dass mikrobielles Leben auf Riesenplaneten wie Kepler-70b existieren könnte. Dieses Leben müsste in unglaublich großer Höhe in der Atmosphäre existieren, um bewohnbare Drücke und Temperaturen zu erreichen und sich in der Nähe des dort vorhandenen Wasserdampfs befinden. Es müsste genügend Auftrieb haben, um sich in dieser Höhe zu halten, um dies zu tun. Selbst dann wäre jegliches Leben auf dem Planeten zerstört worden, als Kepler-70 zu einem roten Riesen explodierte. Der expandierende Stern zerstörte die Atmosphäre vollständig und die Temperaturen stiegen rasch an. Als Kepler-70 den Planeten schließlich verschlang, war das der endgültige Sargnagel für das Leben. Jegliche organische Substanz könnte im Inneren eines Sterns nicht gedeihen. Selbst nachdem Kepler-70b den Stern verlassen hat, sind nur 18,4 Millionen Jahre vergangen, was viel zu kurz ist, als dass ich auf dem Planeten Leben bilden könnte, selbst wenn die Bedingungen ideal wären. Außerdem umkreist Kepler-70b einen Stern, der sich am Ende seines Lebens befindet. Aus kosmischer Sicht wird dieser Stern bald zu einem weißen Zwerg werden und sein letztes Lebensstadium einleiten. Beobachtungen von Planeten, die Sterne vergleichbarer Größe umkreisen, insbesondere solche in dieser Nähe, deuten darauf hin, dass die Planeten sehr viel früher in eine Gezeitenkonstellation geraten, als auf dem Planeten Leben entstehen würde. Dies gilt selbst für Planeten in der habitablen Zone, ganz zu schweigen von Planeten, die dem Stern so nahe sind wie 0,006 AE. Sobald der Planet in der Gezeitenzone eingeschlossen ist, kann sich kein Leben mehr entwickeln. Was sagt ihr zu diesen Exoplaneten? Schreibt es uns in die Kommentare.